Wollten wir mal kurz mit euch das Monroy-Interview durchlesen von unserem Co-Trainer. Das ist nämlich schade. Ich würde mich ja freuen, wenn es, aber gut, man kann auch nicht für alles Kapazitäten haben, ist ja klar. Aber wäre geil, wenn das Interview auch in Videoform gegeben hätte, wie früher diese Interviews. Es hat immer übelst Bock gemacht, sich die anzugucken. Ich habe das ja in meinem Video von heute auch mit einfließen lassen in Kombination mit Tabakovic. Ich habe es mir schon mal ein bisschen überflogen, aber noch nicht im Detail gelesen. Aber es hat mich sehr, also vielleicht bin ich auch deswegen so motiviert, alleine wie der Fußball halt gedacht wird von denen, das motiviert mich einfach schon als Fan, weil das ist eigentlich genau das, was ich mir immer so gewünscht habe. Also Jaime Monroy, unser neuer Co-Trainer, viel gelernt von Bielsa im Interview bei Hertha. Der Prozess bringt einen an Ziel. Er arbeitete bereits in sieben Ländern, auf zwei Kontinenten und in verschiedenen Funktionen. Im Jugendbereich coachte er beim FC Barcelona. In Leeds assistierte er dem legendären Marcelo, Marcello Bielsa. Jaime Monroy hat im Profifußball... Er ist extrem interessiert an den Ideen anderer Menschen unterstützt, als Cheftrainer seine Mitarbeiter dabei besser zu werden. Deshalb war für mich... Ah... Bin ich wieder da? Es geht wieder los. Aber ich glaube, es liegt wirklich nicht am Internet, sondern am MacBook. Ich hoffe, es liegt nicht am Internet. Weil wenn es am Internet liegt, dann habe ich nachher noch... Also, es liegt am beiden wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich habe ich dann einen neuen Computer. Und dann wird es immer noch nicht funktionieren. Und es wird immer noch nicht funktionieren, aber wir kriegen das schon alles hin. Es gibt für alles eine Lösung, Freunde. Es nervt mich auch überhaupt nicht. Ich will einfach nur in meiner Freizeit ein bisschen streamen und es nervt mich kein bisschen. Ich lese den Absatz mal nochmal von vorne durch, weil ich jetzt nicht weiß, wo es abgebrochen wurde. Ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal genauso enthusiastisch vorlesen kann. Aber ich versuche es. Der Prozess bringt einen ans Ziel. Ich hasse es, Sachen zweimal zu lesen. Er arbeitete bereits in sieben Ländern, auf zwei Kontinenten und in verschiedenen Funktionen. Im Jugendbereich coachte er beim FC Barcelona. In Leeds assistierte er dem legendären Marcello Bielsa. Jaime Monroy hat im Profifußball schon einiges erlebt und bringt seine Expertise seit diesem Sommer nun bei unserer alten Dame als Assistent von Christian Fiel ein. Er ist extrem interessiert, an den Ideen anderer Menschen unterstützt, als Cheftrainer seine Mitarbeiter dabei besser zu werden. Deshalb war für mich klar, dass ich mit ihm zu Hertha kommen möchte, als sich die Chance ergeben hat. Es ist schöner im Team, als alleine zu wachsen, sagt der Portugiese im Trainingslager am Weichsee, nahm sich der 42-jährige Zeit auch immer noch ein junger Mann, bitte nochmal genauso vorlesen, um über seine Erfahrungen zu sprechen und Einblicke in seine Philosophie zu geben. Der Prozess bringt einen am Ende ans Ziel. Man arbeitet, um zu gewinnen. Gleichzeitig muss man aber sicherstellen, dass die Spieler es genießen, Fußball zu spielen. Und das ist das Ding, wo ich manchmal letztes Jahr auch das Gefühl hatte, als ob das den Spielern mit den Fähigkeiten Spaß macht, so Fußball zu spielen, immer nur zu reagieren, sich hinten reinzustellen und die passive Mannschaft zu sein mit dieser Qualität. Und das hat ja eigentlich heute Tabakowitsch im Kicker-Interview auch bestätigt, indem er gesagt hat, macht schon mehr Spaß, den Ball zu haben und Spielkontrolle zu haben, als dem Ball hinterher zu rennen. Raime macht mich ganz wuschig mit seiner Expertise, mich auch. So, also nochmal, dass die Spieler es genießen, Fußball zu spielen, das ist für mich die Basis, erklärt er. Im ausführlichen Interview sprach der Fußballtrainer mit Redakteur Konstantin Keller über die Zusammenarbeit im Trainerstab, prägende Vorgesetze und Prinzipien und seine ersten Wochen bei Hertha BSC. Raime, zum Einstieg eine fußballphilosophische Frage. Was macht für dich guten Fußball aus? Wenn man den Ball hat, kontrolliert man das Spiel und muss gleichzeitig nicht selbst verteidigen. Das ist für mich ein entscheidendes Prinzip. Wir müssen immer den Ball haben oder zumindest jederzeit versuchen, ihn zu bekommen. Darauf können wir aufbauen und müssen sicherstellen, die Menschen mit den Qualitäten unserer Spieler zu begeistern. Das ist wie Musik in meinen Ohren. Darauf können wir aufbauen und müssen sicherstellen, dass sie begeistern. Entscheidend ist auch die Bewegung in Richtung des gegnerischen Tores. Am Ende des Tages musst du dann natürlich auch treffen, weil du Siege und Punkte benötigst. Aber es geht nicht nur darum. Und das war ja eben das, was ich letztes Jahr meinte. Das kann ja jeder anders sehen. Manche gucken sich das vielleicht auch gerne an und sagen, Hauptsache Ergebnisse. Aber die Ergebnisse haben ja auch nicht gestimmt. Und das ist das, was ich mir wünsche. Eine moderne Spielweise. Und wir haben doch die Spieler dafür, die das instinktiv machen. Ibo Maser, immer der erste Kontakt direkt nach vorne. Erinnert euch an diese eine Szene. Karbovnik kann man für viele Sachen kritisieren, gerade für seinen letzten Pass. Oder seine letzte Entscheidungsfindung wirklich. Aber diese eine Szene gegen Cardiff City, wo Karbovnik den Ball erobert, direkt zu Maser spielt, der sich in der Ballannahme mit einer Bewegung umdreht und dann einen 30-Meter-Pass spielt. Das ist doch einfach ein Traum. Oder? Das ist doch einfach ein Traum. Aber klar, das ist alles natürlich brotlose Kunst. Dann, wenn wir keine Ergebnisse einfahren. Das ist klar. Deswegen wünsche ich ja mir, dass das greift. Und dass wir vielleicht am Anfang auch mal das nötige Glück haben, um gut in der Saison zu... Ja, damit die Spieler selber daran glauben. Damit es von außen nicht so viel Kritik gibt, dass dieser Weg einfach funktionieren kann. Frechheit. Der Ball muss vom IV ständig rausgebolzt werden. Gefolgt von einem stabilen Vor nach dem Spiel. Okay, das ist jetzt gemein. Aber ja. Worum geht es noch? Monroy. Darum, dass der Prozess einen am Ende ohnehin ans Ziel bringt. Ja. Man arbeitet, um zu gewinnen. Gleichzeitig muss man aber sicherstellen, dass die Spieler es genießen, Fußball zu spielen. Das ist für mich die Basis. Von dem Moment an, in dem die Spieler spüren, dass sie genug Zeit mit dem Ball haben, müssen sie auch weniger verteidigen. Das kann die gesamte Motivation verändern. In den Momenten, in denen man den Ball verliert, hat man dann auch mehr Energie, um sich davon zu erholen und wieder zu beginnen. So sehe ich guten Fußball. Ey, das stimmt so krass. Und das könnt ihr, selbst wenn ihr mit euren Kumpels nur in der Halle oder auf dem Bolzplatz zockt, und ihr habt für euch, ihr spielt 4 gegen 4, und ihr habt für euch in eurer Dreierreihe ein funktionierendes System. Wenn alle wild rumrennen, hast du irgendwann auch keinen Bock mehr, nach hinten zu laufen und den Ball zurück zu erobern. Aber wenn du merkst, es funktioniert, jeder hat seinen Ort, man macht das gemeinsam. Du hast eine ganz andere Motivation für diese Rückwärtsbewegung. Und das ist natürlich im Profifußball erst recht nichts anderes. Ich freue mich schon auf die Kommentare. Hat sich nichts geändert zu Pal. Hätten wir ihn auch behalten können. Das hoffe ich. Bitte, bitte. Ich wünsche mir einfach nur den Erfolg, um diese nicht lesen zu müssen. Ich will es nicht mehr lesen. Es ist doch jetzt auch egal. Es wurde so entschieden und wir geben jetzt dem neuen Trainerteam genauso eine Chance wie Pal Dardai letztes Jahr. Und meckern jetzt nicht schon am Anfang wieder rum. Natürlich haben wir eine andere Erwartungshaltung. Das ist ja auch alles klar. Aber ich wünsche mir einfach, dass es funktioniert. Und dass es nicht schon wieder direkt von vorne losgeht. Bevor wir auf deine Laufbahn zu sprechen kommen, würden wir gerne etwas über deinen Einstieg in den Beruf erfahren. Deine erste Station war der SC Salgueros. Wie kamst du zum Trainerjob? Ich habe dort im Jugendbereich mit einem Freund angefangen, mit dem ich studiert habe. Er war der Trainer und ich habe mich dem Club mit ihm zusammen angeschlossen. Salgueros, keine Ahnung, wie man das ausspricht, war einst ein Erstligist mit klangvollem Namen. Unter anderem hat Dekot einmal dort gespielt. Zu diesem Zeitpunkt war der Club bereits aus der Liga verschwunden. Allerdings lag das Clubzentrum sehr nah an meiner Universität, wo ich viel Zeit in der Bibliothek verbracht habe. Das war mein erster Schritt und ich musste mir dort noch einiges an Unterstützung und Wissen holen. Aber ich hatte zwei gute erste Jahre, ehe sich andere Gelegenheiten ergeben haben. Davon ergaben sich einige für dich. Portugal, Italien, Aserbaidschan, Spanien, Australien, England, Griechenland. Seitdem hast du... Seitdem hast du... Was? Seitdem hast du hast vor deinem Wechsel zu Hertha schon auf zwei Kontinenten und in sieben verschiedenen Ländern gearbeitet. Welche Stationen haben dich und deine Ideen vom Fußball besonders geprägt? Auf jeden Fall die in Portugal, wo ich meinen Bachelor gemacht habe. Den Master habe ich in Spanien erlangt. Deshalb haben diese beiden Länder großen Einfluss gehabt. Es gab später eine Phase in meiner Karriere in Barcelona, in der ich drei, vier, manchmal auch fünf Stunden pro Tag mit den Direktoren der Methodik bei Barcelona verbringen durfte. Auch dort habe ich viele Ideen und Einflüsse mitgenommen. Also schaden kann diese Expertise auf jeden Fall nicht. Im Jugendbereich warst du neben Barca auch für... Warte mal, Franzi schreibt gerade, wir machen die späten Gegentore wieder Angst. Nicht, dass es wieder ein Fitnessthema wird. Ich würde jetzt von der Vorbereitung nicht darauf schließen. Es kann auch eine Kopfsache werden. Darauf müssen wir natürlich achten, dass das nicht passiert. Aber hat ja heute Tabakowitsch erst wieder gesagt. Dennis hat es uns aus dem Trainingslager berichtet und auch von vielen anderen Spielern hat man das schon gehört. Das war ja für Tabakowitsch, hat er selbst gesagt, die anstrengste Vorbereitung seiner Karriere. Und ich hoffe, dass es von der Belastungssteuerung so ist, dass wir jetzt am Samstag dann auch topfit sind. Aber ja, also das sollte sich eigentlich langfristig dann schon auszahlen. Na, und hört sich immer alles so toll. Es scheitert ja meistens an der Umsetzung. Ja, aber man kann auch sagen, andersrum, die erfolgreichen Klubs, die es umgesetzt, oder die Klubs, die es hinbekommen, das umzusetzen, die sind ja alle erfolgreich. Weil ein VfB Stuttgart hat unter Sebastian Hoeneß eigentlich nichts anderes gemacht. Wenn wir jetzt mal ein Top-Beispiel nehmen wollen. St. Pauli hat nichts anderes gemacht. Das sind ja genau diese Prinzipien unter den Klubs, wo man dann sagt, boah, wie toll spielen die auf einmal. Die haben ja nicht auf einmal Spieler gehabt, die sie vorher nie zur Verfügung hatten. Die spielen einfach nach bestimmten Prinzipien und es greift. Es gibt auch sicherlich viele, die das machen wollen und scheitern dann an der Umsetzung. Aber das sind ja die Grundlagen, um einen modernen Fußballerfolg zu haben, würde ich sagen. Würde ich jetzt mal so sagen. Im Jugendbereich warst du neben Barca auch für Klubs wie die AC Milan tätig und hast sowohl als technischer Direktor als auch als Coach gearbeitet. Wo liegt der größte Unterschied zu den Anforderungen im Profifußball? Im Jugendbereich zu arbeiten war spannend, aber Profifußball ist in vielerlei Hinsicht nochmal etwas anderes. Es war mein Traum, es dorthin zu schaffen, weshalb ich zum Beispiel nach einem Jahr in Barcelona den Schritt nach Australien gewagt habe. Im Leben geht es oft darum, Chancen, die sich ergeben, zu nutzen. Man lernt Menschen kennen und arbeitet mit denen, die einem zutrauen, einen guten Job zu machen. So habe ich immer wieder wichtige Erfahrungen in unterschiedlichen Ländern sammeln dürfen. Die Arbeit für Milan habe ich zum Beispiel tatsächlich in Spanien gemacht. Das musst du erklären. Wie kam es dazu? Ich habe als Scout für den FC Porto gearbeitet und der Leiter der Abteilung hat sich der AC Milan angeschlossen. Er war einer der Verantwortlichen dafür, Akademien in unterschiedlichen Ländern zu eröffnen und hat mich einbezogen. So bin ich 2010 nach Madrid gezogen und hatte durch ihn nach einem Jahr die Gelegenheit, die Akademie dort mitzuöffnen. Dabei hatte ich einen Assistenten, der zuvor mit Milinko Pantic gearbeitet hatte. So traf ich ihn und er bot mir die Gelegenheit, ihn nach Aserbaidschan zum FK Baku zu begleiten. So läuft es am Ende des Tages oft. Du begegnest in dieser Branche vielen Menschen und wenn du eine Verbindung zueinander aufbaust, ergeben sich Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. Wenn man das immer nur negativ sehen will, dann würden einige sagen, Fett an Wirtschaft. Aber so ist es halt. Aber das ist ja auch nicht nur in dieser Branche so, das ist doch überall so. Eine gewisse Sympathie, ein gewisser Umgang mit Menschen, ein Vertrauen, das dir jemand entgegenbringt, auch wenn du es vielleicht noch nicht geschafft hast, gehört immer dazu, zu einem erfolgreichen Weg. Mit Duziak, Hussein, Cabo und Bura hattest du schon Spieler implementiert, die diesen Spielansatz erliegt. Ja gut, Hussein, Bura sind ja jetzt eigentlich raus aus der Planung so quasi. 2019 bist du dann nach England gekommen. Moneroy, genau, so lief es auch bei Carlos Corberan, als ich einige Jahre später zu Leeds United gegangen bin. Ich habe ihn zuvor getroffen, während ich bei Alcarazóncon gearbeitet habe. Wir haben einige Projekte zusammen umgesetzt, hatten einen gemeinsamen Freund, der internationale Kongresse ausgerichtet hat. Unser gemeinsames Interesse an Wissen war groß, also haben wir versucht, viele gute Trainer aus Spanien zusammenzubringen und uns so besser kennengelernt. Und das war 2014. Einige Jahre später hatte er sich Leeds angeschlossen und ich benötigte jemanden, der ihn bei der U23 unterstützt. Also bin ich mit ihm gegangen. Anschließend kam ich zur ersten Mannschaft. Und jetzt wird es spannend, nämlich die Verbindung zu Marcello Bielsa. Der Trainer dort, Marcello Bielsa, niemand Geringeres als Pep Guardiola, hat ihn als den besten Trainer der Welt bezeichnet. Carlos ist nach Huddersfield gegangen und fragte mich, ob ich mit ihm kommen würde. Aber bei den Profis war eben Bielsa am Abend. Ein großer, großer Trainer. Also bin ich geblieben. Es gab einen Platz für einen Assistenztrainer. Ich bekam den Posten und war sehr glücklich darüber. Marcello Bielsa ist ein Mensch, der meine Sicht auf Fußball und die Vorbereitung eines Teams auf den Wettbewerb maßgeblich beeinflusst hat. Und dafür steht ja Bielsa auch, diese intensive Gegner oder Vorbereitung auf den Gegner. Sip1892, danke für dein Stufe 1 Abo. 20 Monate am Start. Er ist einer der besten Trainer der Welt, wenn es darum geht. Also Vorbereitung, Gegnervorbereitung oder Matchplan. Mit ihm habe ich den Weg von der Championship in die erste Liga erlebt. Neben dem Job bei der ersten Mannschaft habe ich auch noch bei der U23 gearbeitet. Wir gewannen 2020, 2021 unsere Liga. Gleichzeitig wurde das erste Team Neunter in der Premier League. Wenn man beobachtet, wie er arbeitet und plant, wird man als Trainer besser. Ganz sicher. Was macht Bielsa und seine Methoden so besonders? Was zeichnet ihn aus? Man arbeitet auf jeden Fall sehr viel. Da muss er schmunzeln. Wir haben um spätestens 9 Uhr begonnen und waren nie vor 20, 21 Uhr fertig. Und dann gab es noch Dinge, die man zu Hause zu erledigen hatte. Das war für alle Beteiligten tough. Du wirst in Bezug auf die eigene Resilienz getestet, auf die Kapazitäten, die du hast, um zu arbeiten und zu lernen. Aber am Ende macht dich das besser. Ein Beispiel. Während Covid sollte ich die Tore der 5 Besten Ligen der Welt klassifizieren. Es ist verrückt, wie detailliert er Dinge plant und durchschauen möchte. Bielsa besitzt eine Art Bibliothek mit Aufgaben und Notizen, die zu seiner Methodologie passen. Also habe ich Pass für Pass analysiert und sortiert. Das waren am Ende 5000 Slides. Man lernt dabei viel, weil man so sehr ins Detail geht. Nach den Einheiten saßen zwei Analysten, ein weiteres Staff-Mitglied und ich zusammen, um eine Analyse vom jeweiligen Training anzufertigen. Jeder Pass, jeder Moment war wichtig. Bielsa verlangt eine Menge. Aber wenn du anfängst, derartig auf die Details zu achten, wirst du besser. Sehr, sehr interessant, weil er eigentlich gleich auch nochmal Cello Bielsa richtig vorstellt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit Derry nicht schon mehrfach gesprochen hat über sein Defizit. Der muss diesen Schalter umgelegt bekommen. In seiner ersten Saison war er doch auch kein Egoist, sondern er einer mit gesundem Selbstvertrauen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht will er sich in Szene spielen im Moment, weil er weg will. Ich weiß es nicht. Neben weiteren Trainerstationen hast du auch ein knappes Jahr als Scout bei Atletico Madrid fungiert. Zudem hast du zuvor auch länger als Fitnesscoach gearbeitet. Junge, was hat der denn alles schon gemacht? Kannst du beschreiben, wie dir all diese Erfahrungen im Arbeitsalltag helfen? Du kannst dich sicherlich gut in viele Kollegen und Bereiche hineinversetzen. Ja, zu 100%. Bei Atletico habe ich zum Beispiel auch Coaches für die Akademie gescoutet, nicht nur Spieler. Wie organisiert ist das Spiel, das ihre Mannschaften aufziehen? Wie sieht das Training aus? Das sind Indikatoren für die Qualität ihrer Arbeit. Was den Fitness-Background angeht, wenn man im Fußball beginnt, ist man in der Regel ein ehemaliger Profi, der seine Kontakte aus der aktiven Zeit nutzen kann. Oder man beginnt, wie in meinem Fall, im Jugendbereich. In Portugal und Spanien bezahlen die Clubs leider kaum genug, um die Rechnung begleichen zu können. Also musste ich zusätzlich im Fitnessbereich arbeiten, um weiter meinen Traum vom Fußball verfolgen zu können. Und war rund zehn Jahre in einigen der Top-Fitnessstudios in beiden Ländern tätig. Als ich nach Barcelona ging, musste ich dann aber eine Entscheidung treffen und mich noch mehr auf den Fußball fokussieren. Dann war das vorbei. Also man sieht schon... Frag doch, was der nicht gemacht hat. Also man sieht schon, ein sehr durchdachter Mensch, ein sehr intelligenter Kopf, der sich in viele Dinge reinversetzen kann, sehr viel durchdenkt, sehr, sehr analytisch arbeitet. Und ob das er jetzt persönlich, das würde ihn selber nicht zwangsläufig zu einem guten Cheftrainer machen. Weil bei einem Cheftrainer kommt es auch noch auf ganz andere Dinge an. Motivation, wie kommuniziere ich mit den Spielern, wann bin ich klar, wann bin ich zurückhaltend, wann bin ich laut. Wie manage ich eine Kabine, Teamchemie etc. Da kommt es halt auch viel mehr an. Aber als Co-Trainer klingt es ja wie ein Traum-Co-Trainer. Ja genau, klingt nach dem Messi unter den Assistenztrainern. Hör auf, sowas zu sagen. Aber es klingt ein bisschen so, ja. Ich finde es aber schön, dass Hertha hier ihm mal so ein Profil gibt, weil man ja von ihm noch nicht so viel hören konnte. Wir waren ja, viele von uns waren ja schon begeistert, als wir erstmal von seiner Vita so erfahren haben, dass er kommen soll. Dass er einen Impact mit reinbringt. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied für Christian Fiel. Der kann ihn sicherlich sehr bereichern auch und sehr unterstützen. Aber es ist schön, dass Hertha ihn hier so detailliert vorstellt und dass er auch so detailliert antwortet. Ich bin gespannt auf der einen Seite und besorgt auf der anderen Seite, wie man die Personalie handelt mit Daria. Bin ich auch gespannt. Davor und besonders danach hast du schon eine Menge Mannschaften und Spieler erlebt. Gab es in all den Jahren Profis, die dir in der Zusammenarbeit in bleibender Erinnerung geblieben sind? Ich sage gerade jungen Spielern immer wieder, Einsatz kannst du nicht verhandeln. Ich kann mich erinnern, als Rafinha nach Leeds kam, inzwischen später beim FC Barcelona. Wir hatten eine Trainingsmethode, die Murderball hieß. Sehr intensiv, sehr temporeich. Die habe ich mir sogar mal angeguckt. Man muss immer am Gegenspieler dranbleiben und sich enorm viel bewegen, wenn man selbst den Ball hat. Er kam hinterher zu mir und sagte, Reime, das ist verrückt, so intensiv habe ich noch nie trainiert. Wer weiß, vielleicht auch Inhalte des Trainingslagers, dass es so anstrengend gemacht hat für die Spieler. Vielleicht auch viele Aspekte da von Reime. Ich frage ihn, was er davon hält und er antwortete, das wird mich besser machen. Er hatte den Willen, sich durchzubeißen, weiterzumachen. Flügelspieler haben manchmal Schwierigkeiten damit, nach hinten zu arbeiten. Er hatte das nicht. Das war eine der Aspekte, die ihn besonders machten. Marcello hat ihn besser gemacht und gut auf seine weitere Karriere vorbereitet. Am Anfang ist er überall hingerannt und mein Job in den ersten Wochen war, ihm zu sagen, wo er zu bleiben hat. Das ist ja auch interessant, das hatte uns ja Dennis in dem Talk erzählt, dass er immer wieder mal Trainingseinheiten unterbrochen hat und dann auf seinem iPad quasi gezeigt hat, wie sie sich zu positionieren haben oder sie dann eben auch hingestellt hat, damit dieses System, was er lebt von Kommunikation, von einer geordneten Struktur mit und gegen den Ball, von einer Raumaufteilung, von einer Staffelung, dass man das eben perfektioniert. Das ist sehr, sehr interessant, dass er das hier eben auch nochmal so sagt. Die gemeinsame Sprache hat uns geholfen und es war eine tolle Erfahrung, ihn so unterstützen zu können. Ein anderes Beispiel ist Dani Ceballos. Ich war zwei Jahre sein Personal Trainer, als er unter Zinedine Zidane bei Real Madrid gespielt hat. Er bekam nicht viel Spielzeit, also habe ich versucht, seine Resilienz zu erhöhen, indem ich ihn extrem gefordert habe. Resilienz ist auch so das Lieblingswort von 2024. Davor wahrscheinlich einmal in zehn Jahren benutzt, jetzt muss man es eigentlich, also es geht einem ja dann selber auch so, muss man es auch in jedem Artikel einmal benutzen. Also es ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber es gibt manchmal einfach so Trendwörter. Ich weiß gar nicht, mit was ich das jetzt vergleichen kann. Halt mir da irgendwas ein, mir fällt jetzt auf Anhieb da nichts ein, aber es gibt immer so Wörter, die dann gerade, das ist so auch wie Catchphrases, so wie dann auf einmal alle gesagt haben, Druck auf den Kessel und so. Das ist crazy. Wenn ein Spieler mental stark ist, immer weitermachen möchte, dann entwickelt er irgendwann auch Siegermentalität. Du hast das Thema Sprachen angesprochen. Kommunikation ist gerade bei ausländischen Stationen ein Schlüssel. Wie viele Sprachen sprichst du? Oh, nochmal gucken, ob man mit Typhoon Korkut mithalten kann. Portugiesisch ist meine Muttersprache. Spanisch wurde in meiner Familie ebenfalls zu Hause gesprochen, das ist auf demselben Niveau. Außerdem spreche ich Englisch, verstehe ein wenig Französisch und spreche auch etwas Italienisch. Rumänisch beherrsche ich auch, da ich im Rahmen meines Bachelors ein Jahr dort verbracht habe. Ich hoffe, Deutsch kommt zukünftig noch dazu. Das wird aber wohl etwas dauern. Keine einfache Sprache, aber ich werde sicherstellen, dass ich es lerne. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er nach einem Jahr richtig gut Deutsch sprechen kann. Dennis hat doch auch schon erzählt, ich muss immer auf diesen Talk mit Dennis verweisen, wo er auch erzählt hat, dass er jetzt schon einige Sätze immer auf Deutsch gesprochen hat. Nachhaltigkeit, ja gut, das ist aber auch, weil es an sich ein Thema wurde, aber Restabwehr, Restverteidigung, ja. Resilienz ist nicht wichtig als Wort, sondern fürs Leben, ohne kommst du nicht weit. Das stimmt absolut, das ist Kern einer, wie soll ich jetzt sagen, Siegermentalität, aber Kern, um nicht zu scheitern. Egal, ob privat, familiär, beruflich, sportlich, egal wo, absolut. Immer wieder aufstehen. Wenn du einmal hinfällst, zweimal aufstehen oder wie war das? Immer einmal mehr aufstehen als hinfallen. Mit deinem jetzigen Vorgesetzten kannst du auch Spanisch sprechen, was sicherlich auch die Hospitation bei Christian Fiel erleichtert hat. Unser Chefcoach hat bei seiner Vorstellungskonferenz erzählt, dass ihr beide fußballerisch auf einer Wellenlänge liegt. Wie kam der Kontakt zustande, was schätzt du besonders an ihm und was hat es spannend gemacht unter ihm und bei Hertha zu arbeiten? Ich habe Christian durch Patrick Ebert kennengelernt, das ist auch so wild, das habe ich heute schon überflogen. Das habe ich heute schon unterflogen, das ist so wild. Ich weiß noch, wie ganz, ganz viele auch geschrieben haben, Patrick Ebert, was soll der in der ersten Mannschaft, das ist doch hier wieder eine Vetternwirtschaft. Patrick Ebert hat einfach die Verbindung von Christian Fiel zu Monroy hergestellt. Zu wild, oder? Also habe ich vorher auch noch nicht gehört. Silverbullet schreibt, das ist so schlimm, ich arbeite bei einem großen Konzern und höre seit letztem Jahr so oft das Wort Resilienz. Mittlerweile werde ich nur noch sauer davon, wenn irgendwelche HR-Leute einem Resilienz erklären wollen, die noch nie echten Stress hatten. Hört auf mit eurer Resilienz. Ich habe keine Resilienz, nervt mich nicht. Das stresst mich so sehr, von diesem Talk über Resilienz kann ich mich niemals erholen. Resilienz ist das Annehmen von negativen Erfahrungen und aus diesen das Positive für das weitere Leben zu ziehen, kannst du nicht lernen, muss man erleben. Und muss man sich auch selber aneignen für sich selbst. Das ist ja quasi so eine Art Widerstandsfähigkeit. So nochmal jetzt. Ich habe Christian durch Patrick Ebert kennengelernt. Wir haben eine Woche zusammen verbracht, als er in Nürnberg gearbeitet hat. Es war eine Spieltagswoche, die Saison lief schon. Und er hat mir dennoch sechs Stunden pro Tag gewidmet. Wir haben über unsere Ansichten rund um das Spiel gesprochen und uns direkt verstanden, sodass wir in Kontakt geblieben sind. Eigentlich haben wir uns jede Woche ausgetauscht über sein Team, über die kommenden Gegner. Er ist extrem interessiert an den Ideen anderer Menschen. Außerdem unterstützt er als Cheftrainer seine Mitarbeiter dabei, besser zu werden. Deshalb war trotz anderer Angebote für mich klar, dass ich mit ihm zu Hertha kommen möchte, als sich die Chance ergeben hat. Es ist schöner im Team, als alleine zu wachsen. Am Ende hieß es natürlich, Christian Fiell wollte ihn haben. Monroy, was ja wahrscheinlich auch der Fall war, aber der Kontakt ist durch Patrick Ebert entstanden. Auch die Konstellation mit Patrick Ebert ist eine besondere. Nicht nur, dass ihr ebenfalls fließend auf Spanisch miteinander sprechen könnt. Sowohl Christian als auch du haben ihn gecoacht. War dir direkt klar, dass er auch einmal in einem Trainerstab auftauchen würde? Was sprach für euch dafür, ihn in euer Team zu holen? Ja, ich habe mit Patrick in Griechenland zusammengearbeitet. Am Ende jeder Trainingseinheit blieb er länger, um die Mitspieler noch zu unterstützen. Christian weiß, dass er seinen Fußball schätzt, weil er ihn auch schon als Spieler in Dresden erlebt hat. Als wir über einen möglichen zweiten Assistenten gesprochen haben, habe ich direkt gesagt, sieh mal, er identifiziert sich 100% mit diesem Verein. Er ist eine Ikone dort. Du kennst ihn. Er ist jemand, dem du vertrauen kannst. Und er hat das Mindset eines Trainers. Er möchte anderen helfen und dabei auch selbst besser werden. Das ist der beste Mix. Hört sich nicht, finde ich, so mega nach, ja, jetzt geben wir mal Patrick Ebert, weil er mal eine Legende bei uns war, einen Job. Klar kann man das so interpretieren von außen, aber wenn man mal so ein paar Hintergrundinformationen bekommt, dass am Ende ein Monroy ihn sogar so schätzt, der ja so detailversessen ist, ist das doch auch was Schönes zu hören. Ich habe bei Fiel und Monroy ein so gutes Gefühl, dass es schon erschreckend ist. Immerhin bin ich Hertha-Fan. Ja, das ist fast schon zu gut, als dass es klappen könnte. Ihr arbeitet schon einige Wochen, das ist ja echt lang, das Interview hier. Ich dachte, das sind ein paar Zeilen, Alter, aber das ist ja auch sehr interessant. Ihr arbeitet nun schon einige Wochen mit unseren Jungs auf dem Trainingsplatz. Wie schätzt du eure bisherigen Fortschritte ein? Was hat dir gut gefallen? Wo siehst du, wo seht ihr noch Optimierungspotenzial? Ich bin zufrieden, da wir klare Verbesserungen erkennen können. Wir haben viele Trainingseinheiten und acht Testspiele hinter uns und können sehen, dass die Mentalität der Spieler als Team zu arbeiten da ist. Sie wollen alles dafür tun, dass es funktioniert. Es geht nicht nur um gutes Coaching, sondern auch darum, Spieler zu haben, die zusammen die richtigen Dinge tun wollen. Wir haben einen Plan, wie wir attackieren wollen. Wir haben einen Plan, wie wir verteidigen wollen. Und es ist sehr positiv, wie sehr sich die Jungs daran halten möchten. Das ist der Schlüssel zum gemeinsamen Erfolg. Und nochmal, ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, deswegen ist es so wichtig, dass es gleich von Anfang an vielleicht auch ein paar Erfolgserlebnisse gibt, dass die Spieler daran weiter glauben und darauf Bock haben. Ich habe einen Gap hier in Japan gemacht und da in einem Betrieb gearbeitet, der selbst den meisten Japanern zu hart war. Wenn du da nicht geliefert hast, warst du direkt deinen Job los. Da ist die HR-Betreuerin, die wahrscheinlich nur auf ihrem Posten sitzt, weil der BR jede Kündigung blockt, eher ungefähr so geeignet als Resilienzberater wie Vredi Burwitsch als Sportvorstand. Ich kann mir deine Situation sehr, sehr gut vorstellen. Es wirkt auch überhaupt nicht aufgedrängt. Oder das macht man jetzt so von deinem Unternehmen, aber so ist es halt in großen Unternehmen oder Konzernen oder Konglomeraten. Ich kenne das auch noch. Ich kenne das nur zu gut, mein Freund. Und ich habe, ja, für manche ist es was. Die machen ihren Job dann immer weiter. Für mich war es halt nie was. Und ich kann es komplett nachvollziehen. Mich hat sowas auch immer wahnsinnig gemacht. Fast so gut wie das Gefühl bei Korkut und Skibbe damals. Natürlich nicht. Ich freue mich auf die neue Saison und hoffe, dass diese Trainerkonstellation mal ein bisschen länger hält. Das wäre halt ein Traum. Beobachtet man euch und dich im Training, fällt auf, dass ihr im direkten Feedback gerne die positiven Dinge betont. Ein Bestandteil eurer Methodik. Wir arbeiten viel mit individuellen Videoanalysten, um jeden einzelnen Spieler zu unterstützen. Christian wird sich im Saisonverlauf, es gibt ja auch Profiklubs, die brauchen keine Videoanalyse. Christian wird sich im Saisonverlauf auch immer wieder Zeit für Einzelgespräche nehmen. Dabei wird es natürlich auch darum gehen, aufzuzeigen, was jeder Einzelne noch verbessern kann. Aber im Training geht es darum, die Jungs im jeweiligen Moment zu unterstützen. Wenn man konkrete Fragen stellt, kommt man weiter. Frage ich einen Spieler, ob er alle seine Mitspieler sehen konnte und er verneint das, erkennt er, dass er seine Positionierung verbessern muss. Wir sind da, das wüssten wir ja an den Spieler, den er mal fragen könnte. Wir sind da, um das zu sehen, was sie anfangs vielleicht noch nicht bemerken. Positives Feedback ist dabei wichtig. Mario Dank von der Bits muss mich leider für heute früher abmelden. Jute Nacht, Jungs. Also bitte, Mario. Na gut, dann schlaf gut. Aber vielen Dank für nochmal 100 Bits. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen. Ebert als Legende wegen seiner Flanke zum 1-1 auf Wochenlin 2-1 gegen Bayern 2009 bei Favre. Legendär, absolut legendär. Ich habe es sogar perfekt gesehen, obwohl ich in der Ostkurve relativ weit unten saß. Das war eines der schönsten Momente. Diese Flanke fühlte sich an, aus dem Halbfeld war die, glaube ich. Die fühlte sich an, als ob sie 30 Minuten in der Luft ist und dann dieser perfekte Kopfball. Das war einfach ein Traum gegen Klinsmann. Dein großer Erfahrungsschatz im Jugendfußball und im Umgang mit jungen Spielern wird bei unserem Berliner Weg ebenfalls gefragt sein. Wie erlebst du die vielen Talente im blau-weißen Kader? Wählt ihr in der Arbeit mit ihnen hier und da andere inhaltliche Ansätze? Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Die Jungs wollen Profis sein und ich halte es für wichtig, Gewohnheiten und Verhaltensweisen zu schaffen, die professionelle Arbeit unterstützen. Wenn du sehr jung bist und Talent hast, musst du bereit sein, etwas zu opfern. Im Leben muss man, boah, meine Augen werden echt immer schlechter, ohne Brille sehe ich ja gar nichts mehr. Wie habe ich denn früher gelesen? Im Leben muss man immer wieder Dinge zurückstellen, um erfolgreich zu sein. Ich zeige das gerne anhand von Beispielen wie Rafinha oder Dani Ceballos und ermutige junge Spieler, solchen Vorbildern zu folgen. Denn oft weiß man als junger Spieler gar nicht, wie nah man vielleicht bereits an der ersten Mannschaft ist. Hier gibt es so viele Talente und Christian liebt Spieler, die bereit sind, hart zu arbeiten. Wir werden zukünftig die Trainingseinheiten und Spiele der U-Mannschaften gut im Blick haben und den Austausch mit den Trainern suchen. Das ist wichtig. Schließlich arbeiten wir alle zusammen für den Klub und wollen diese Jungs dabei unterstützen, eines Tages im ersten Team aufzutauchen. Da haben ja auch wieder einige ihre Chance genutzt, würde ich mal sagen, im letzten Spiel. Dessen erstes Pflichtspiel, das Heimspiel gegen Paderborn, rückte während der Arbeit hier in Österreich bereits immer näher. Wie groß ist deine Vorfreude auf euer Debüt im Berliner Olympiastadion auf unserer Bank? Ich habe dort während der Europameisterschaft Spanien gegen Kroatien und Italien gegen die Schweiz gesehen. Es ist ein gigantisches Stadion und es wird ein besonderes Gefühl sein, so viele Fans dort zu haben, die uns unterstützen. Ich freue mich schon sehr auf die Atmosphäre und darauf zu sehen, wie die Jungs gegen Paderborn performen werden. Es muss unser Anspruch sein, zu gewinnen und die richtigen Dinge auf dem Platz zu tun. Das sollte ein gutes Match werden. Boah. Wie sagt man heute? Was sagt man heute? Word? Mann, Alter. Geiler Typ, oder? Jetzt braucht man natürlich, man kann viel reden, man kann auch gut sprechen, aber man muss es natürlich umsetzen. Ich lese schon die Kommentare, es ist alles zu theoretisch und so weiter, aber es gibt mir erstmal ein Gefühl, was ich sehr lange nicht hatte und ich fand dieses Interview sehr geil. Cooler Einblick, schön, dass es so detailliert war. Hat mir sehr gut gefallen. Gruß von mir mit Familie aus dem heißen Mallorca ins warme Berlin. Super Talk heute. Danke, dann liebe Grüße nach Malle. Ich hoffe, ihr genießt euren Urlaub. Übrigens, der Josh Bowler, der bei Hertha im Gespräch war, wechselt für 5 Millionen Pfund zu Cardiff. Okay, krass, aber der fand ich ja eigentlich auch ganz interessant, aber da willst du auch gar nicht wissen, was der für einen Gehalt hat. Da siehst du mal, dass das gar nicht unsere Größenordnung ist. Richtiger Laptop-Trainer, die Jungen, der hat doch selber nicht mehr auf dem Platz gestanden, würde Mario Barca jetzt sagen. Als der noch ein kleines Kind war und in der Schule seine Einsen geschrieben hat, habe ich eine Ecke direkt verwandelt und danach erstmal vier Pilz getrunken. So läuft das immer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.